Die Kommunikationsverbindung deaktiviert. Sicherheitssysteme des Tors außer Betrieb. Das ist unsere Chance, Commander. Warte auf Ihre Genehmigung, das Tor zu durchqueren. Führen Sie fort, Major. Bringen Sie das Heilmittel zurück nach Kiron. Unsere Zukunft hängt davon ab. Kein Problem, Sir. Wir werden Ihr Opfer nicht vergessen. Dafür werde ich sorgen. Wir werden Ihr Opfer nicht vergessen.